Der Weihnachtsmann Die Liebe ist in Gefahr und deshalb müssen wir jetzt Weihnachten retten. Hey ho! Gib Gummi! Oh oh! Nach der wunderbaren Geschichte von Cornelia Funke. Hallo. Heißt das etwa, du bist der? Ja, ich bin Weihnachtsmann. Ho ho ho! Besser so? Er ist wirklich der Weihnachtsmann. Was? Du glaubst doch an den Weihnachtsmann? Klar. Wenn es einen Weihnachtsmann gibt, dann wird es morgen so viel schneiden, dass du aus so einer Haustür kommst. Sieben Minuten muss die Schneemaschine laufen. Aber heute wimmelt es da draußen vor Nussknackern. Die Kinder sollen weiter an den Weihnachtsmann glauben. Seid ihr sicher? Klaro. Klaro. Da ist es. Das Glück, das wir beschworen haben. Prost. Dass ich nochmal an den Weihnachtsmann glauben werde. Sieben sattelige Rentierkacke. Ich krieg dich, Jule Bug. Ich krieg dich noch! Das war knapp. Das hat doch aber auch ein bisschen Spaß gemacht, oder? Spaß. Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Es gibt den Weihnachtsmann! Es gibt den Weihnachtsmann! Es gibt den Weihnachtsmann! Aufmerksam! Es gibt den Weihnachtsmann.